Ein giftiger Wind wehte durch unsere Stadt und wurde immer giftiger. Und da gingen sie und verkündeten, wie der Besessene geheilt worden war. Die gesamte westliche Welt wird in den Nachgrund stürzt und in die Herzen von Gott gestürzt. Ein Neuen aber nicht gefunden haben sie das gesagt. Haben sie das gesagt? Das war's für heute.